Und wie schaut die Lage aus? Denji, warte kurz. Auf das, dass ich nichts mehr aufnehmen wollte, nichts fotografieren. Es sind wieder an die fast 900 Aufnahmen. Auf jeden Fall, wenn sie heute die Chembuster-Aktivisten nicht eingemischt hätten, dann war das viel besser. Aber was haben die gemacht? Sie haben wieder unbedingt die chemischen Wolken in Stäube zerlegen müssen. Und jetzt kriegen die Gondenswolken noch ein Husten. Genau.